In diesem Video zeigen wir, wie RGBW-LED-Streifen über das Smart-Home-System Trot-Free von IKEA gesteuert werden können. RGBW-LED-Streifen mischen RGB-Farb-LEDs mit einer weißen LED und haben daher fünf Anschlusskabel. Rot, grün, blau, weiß und das schwarze Kabel für das gemeinsame Plus. Trot-Free basiert, wie viele andere Smart-Home-Systeme, auf dem SIG-B-Funkstandard. Wir benötigen einen Trot-Free-Gateway und eine Trot-Free-Fernbedienung und einen SIG-B-LED-Controller, mit dem das Gateway kommunizieren kann. Als Beispiel verwenden wir hier den Controller LK115U von LED-Studien. Als Besonderheit kann dieser Controller verschiedene Arten von LED-Bändern steuern. Also zum Beispiel auch einfache weiße LED-Bänder oder solche mit einstellbarer Farbtemperatur. Zu Beginn ist es wichtig, dass wir den Controller in den richtigen Modus setzen. Dazu sind kleine DIP-Schalter angebracht, die wir in die Stellung für RGBW bringen. In diesem Modus wird der Controller von Trot-Free als Leuchte mit Weiß-Modus und extra Farbeffekten erkannt. LED-Bänder und Netzteil werden wie gewohnt am LED-Controller angeschlossen. Achtung! Bei RGBW wird das schwarze Kabel mit dem Plus-Ausgang des Controllers verbunden. Der Controller hat einen zusätzlichen Ausgang für ein zweites Weiß, der bei RGBW aber ungenutzt bleibt. Schließen Sie die LED-Bänder entsprechend der Beschriftung an. Ist alles miteinander verkabelt, kann der Controller in Trot-Free integriert werden. Netzteil und Controller müssen dafür natürlich eingeschaltet sein. Als Besonderheit wird bei Trot-Free aus Sicherheitsgründen immer auch eine Trot-Free-Fernbedienung benötigt, wenn neue Leuchten eingebunden werden sollen. Wenn Sie das erste Mal mit Trot-Free arbeiten, müssen Sie zu Beginn das Gateway nach Anleitung von Ikea installieren und auch die Fernbedienung anlernen. Dafür muss die Fernbedienung hinten geöffnet und die Link-Taste mehrmals gedrückt werden. Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App, bis die Fernbedienung erkannt und integriert ist. Die Fernbedienung muss dafür sehr nah an das Gateway gehalten werden. Nach kurzer Zeit betätigt die App die erfolgreiche Integration. Einschließend kann nach neuen Leuchten oder Lampen gesucht werden. Als Steuergerät wählen Sie die Fernbedienung. Während die Suche läuft, drücken Sie fünfmal kurz hintereinander auf die Proc-Taste am Zigbee-Controller. Dies setzt den Controller zurück und macht ihn damit auffindbar für Trot-Free. Damit das Anlernen klappt, muss nun zusätzlich die Fernbedienung in unmittelbaren Nähe des Controllers gehalten und dabei die Link-Taste auf der Rückseite der Fernbedienung gedrückt werden. Wenn Trot-Free den Controller findet, blinken die angeschlossenen LEDs deutlich sichtbar auf. Anschließend können Sie den Zigbee-LED-Controller in der Trot-Free-App wählen und einen passenden Namen vergeben. Ab sofort können wir die LEDs über Trot-Free steuern. Es ist das Schalten, das Dimmen und das Verändern der Farbe möglich. Sie können die Leuchte natürlich auch einem anderen Raum zuordnen oder in Routinen integrieren. Probieren Sie die Einstellmöglichkeiten der App, die sich in späteren App-Versionen auch von den hier Gezeigten unterscheiden können. Natürlich können Sie auch die Trot-Free-Fernbedienung zum Steuern der Beleuchtung verwenden. Diese funktioniert parallel zur App. Alternative Trot-Free-Apps bieten unter Umständen noch mehr Funktionen wie zum Beispiel eine stufenlose Farbwahl. Beim Ein- und Ausschalten merkt sich der Controller die letzte Einstellung. So können Sie bei Bedarf auch weiter zusätzlich ganz normale Lichtschalter verwenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017